Meine Herren. Verdammt. Fünf Minuten, wahrscheinlich noch unsere letzten. Ah, okay. Ah, gut, okay. Hier gibt es ein bisschen was zum Einsammeln. Hm, haben wir das hier besser gebraucht? Das sieht irgendwie nicht kräftiger aus, so von der Durchschlagskraft her. So. Mal noch eben schauen. Achso. Okay, gut, dann wollen wir mal da nach oben. Hallo, wer da? Das ist alles an Kreuz und Friesen, wir haben ja noch das Opa ausgelöscht. Vorsichtig sein. Ah, ah, ah. Oh, oh. Eieieieieieiei. Eieieieieieieiei. Eieieieieiieieiei. Ach, du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Wie ist denn das Vieh? Boah. Meine Güte, wo ist es? Da! Huh. Meine Güte. Ich denke schon, was da los ist. Genau. Ah, okay. Punkten hier also. Ah, nur eine Glasmaske. Guck mal, die ist ja vollkommen unbeschädigt. Kann ich hier nicht irgendwie punkten? Oh. Ja, ja, nur keine Panik. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Boah. Ja, 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 ja. Ist, ist schon okay. Ich hab's verstanden. Was ist das jetzt irgendwie? Wo ist man denn hier nur so träge? Komisch. Ja Mensch, wie komm ich da denn dran? Ach so, hier rum. Das ist so total träge. Oh oh. Oh, okay. Nicht gut. Ich glaube, das ist gar nicht gut. Ähm. Ah, da hinten ist ein Licht. Scheiße. Oh oh. Ah, ah, au. Scheiße. Hä? er ist groß aber dumm die geflügelten sind sehr schnell aber ich arbeite woran danke das ist die tue ich zieh mal einen an Hm. Okay. Manchmal sehe ich eine Tür. Jemand ruft dort nach dir. Warum? Weiß ich doch nicht. Wenn er mir sagen könnte, es wäre der da Ruf. Oh. Oh. Okay. Gemeinsam. Komme was wolle. Der Kleine wird er nicht weg. Irgendetwas hält ihn. Ich verstehe noch nicht was. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass er hier ist. Denn er ist hilfreich. Und wie. Ach, hier ist man nicht mehr so träge. Ist wieder normal. Es regnet ja immer noch. Ah, und hier ist man wieder so träge. Dass man keinen Blitz in uns einschlägt oder so. Boah. Aber guck mal, super. Sonst haben wir noch drei Minuten zu überleben. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier rein? Nein. Wir kommen wirklich nicht da rein. Nein. Können wir nicht. Nein. Und wir werden trotzdem noch gesehen. Wir helfen nachts irgendwas. Da kommen wir auch nicht rein. Hm. Hm. Da hockt der Schwarze rum. Das ist nur zu ihm. Äh. Jemand da? Kaum zu sehen von hier. Kaum zu sehen. Also wenn er einen anderen Menschen meint, dann ist der aber sowas von zu sehen. Ok. Oh. Komm in den Zug müssen wir doch wohl rein können. Der ist tief genug. Ach, Mann, oh. Ah. Nee, gibt's echt gar nix. Okay. Schade. Ah, trotzdem. Ich will es noch rausfinden. Huch! Ähm. Das war jetzt nicht so beabsichtigt. Ich werde jetzt eigentlich auch kein Mad-Kit oder so benutzen. Ja, und jetzt? Achso. Juhu, ein bisschen Geld. Okay, gut. Ähm. Ja, ich glaube, das war's hier. Aber trotzdem, ich möchte noch irgendwo da rüber gehen. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Also gut, bei dem Tor waren wir es, klar. Aber hier hinten, zum Beispiel hier hinterm Zug, glaube ich, waren wir noch nicht. Achso. Ah, okay. Man hat sich das auch. Leute, habe Angst, angegriffen zu werden. Aber nicht böse. Die welchen Leute? Achso, der beobachtet die wahrscheinlich gerade. noch ein Mann. Na gut, okay, komm. Gehen wir mal da rein. Okay. So, so. Nein. Schade eigentlich. Uh, na gut. Wer bist du? Wo ist deine Identifikation? Ich meine es ernst. Da. Na, dann beeil dich. Wir sind total nervös. Wollten uns nicht einmal durchlassen. Wir werden hier eine Weile ausruhen. Du kannst ein bisschen einkaufen, dann du flutzt. Oh, cool. Ist der Regen hier so laut? Ja. Daher gelaufener Typ. Ohne Auge. Ach so. Ach so, verdeckt. Naja, Erderwärmung. Würde ich auch. Okay. Ich werde es versuchen. Aha. 196 Patronen haben wir. Okay. Was haben wir hier? Aha. Das ist eine großartige Waffe. Steht dir sehr gut. Ja, ja. Dieser Kaufer absolut eine Enttäuschung. Schau dir den Zustand dieser Schönheit an. Nicht ein Kratzer. Hm. Das ist die stärkste Waffe, die in der Metro hergestellt wird. Aha. So ist es praktisch ein Scharfschutznabwehr. Okay. Lowlife. Das ist eine großartige Waffe. Steht dir sehr gut. Ja, ja. Großartig. Komm, gucken wir mal, was für Anpassungsmöglichkeiten wir haben. Okay. Das ist schon das Maximum. Schalldämpfer. 40 Munition. Huiuiui. Laservisier im größeres Magazin. Okay. Hier ist, glaube ich, schon alles upgegradet. Weil die Parotzieloptik würde ich eigentlich gern behalten. Den Schalldämpfer haben wir schon. Und das Laservisier auch. Hier. Hm. Das muss ein Flexvisier werden kannst du. Okay. Dann längert der Lauf. Aha. Schalldämpfer. Gut, ein Schalldämpferblick bei der Schriftflinte, glaube ich, nicht viel. Laservisier. Habt das Teil schon. Oder? Ja. Hm. Solltest du etwas brauchen, dann komm, solange wir noch hier sind. Komm, Ranger. Du musst wissen, dass ich nicht alle Waren auspacke. Nur die besten. Hm. Dieser Kaufer absolut keine Enttäuschung. Ich weiß ja nicht so genau. Das ist eine großartige Waffe. Steht dir sehr gut. Hm. Moment. Wir kaufen erstmal, glaube ich, mal Munition. Strich mit mir, wenn du etwas brauchst. Na los, nicht zur Schüchte. So viel kannst du nicht tragen. Du nimmst zu viel. Ehrlich. Ja, ja. Moment. Komm her. Lass uns etwas Munition eintauschen. Okay, gut. Also mal komplett. Einkauf. Alles, was du willst. Und. Ach so, okay. Dann können wir uns das schon nicht mehr leisten. Vielleicht solltest du dir etwas günstigeres aussuchen. Schau dir den Zustand dieser Schönheit an. Nicht ein Kratzer. Dieser Kaufer absolut keine Enttäuschung. Nee. Bis dann. Ja, bis dann. Dann kaufen wir halt doch nicht ein. Komm schon, Ranger. Kauf dir was. Ja.